Wie kann es sein, dass du immer rechtzeitig im Training bist und am Samstag bist auch immer bei Matchesorbit? Das ist wirklich ein Plus bei der SFS. Wir haben spezielle Ladenöffnungszeiten, das heisst von Montag bis Freitag und maximal bis am 5. Und am Samstag haben wir frei. So habe ich genügend Zeit für meine Hobbys und am Wochenende genügend Zeit für meine Kollegen. Zudem bekomme ich ein gratis Zug-Abo und sogar ein Laptop für die Schule. Und es gibt SFS-Standorte in der ganzen Schweiz, die durch meine Chancen sehr gut stehen, eine Anstellung nach der Lehre zu bekommen. Und was hat dein neues Bild noch zu bieten?